Hals 340 von Freiburg, ein schweres Verkehrsunfall, die beschleunigte Anfahrt. Oftmals kommen es in unseren Einsätzen auf Sekunden drauf an, was auch den Puls richtig nach oben bringt. Man kann eben einfach nicht jede Situation trainieren, aber wenn es darauf ankommt, kann man sich auf uns verlassen. Die Kriminalpolizei bearbeitet überwiegend komplexe Verfahren. Dies erfordert eine akribische Auswertung selbst kleinster Spuren im Team. Natürlich sind wir stolz über jeden gelösten Fall. Sollte Oh, 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 oh. Stopp, Polizei! Wenn jemand Hilfe braucht, dann denkt man nicht groß nach. Man hilft einfach und gibt sein Bestes. Und ich denke, genau das ist es auch, was uns als Polizisten ausmacht. 1346, neuer Einsatz, häufliche Gewalt.